hier seht ihr extra habe ich noch mal dran gelassen seht ihr schon die ist ein bisschen weicher ja so hier habe ich eine frische so und mit der wird das ganze natürlich jetzt erheblich schwieriger so sollen wir hier eine frische kartoffel und hier dieses so zerdrücken bis da muss rauskommen halte ich für 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 ein gerücht was zu schaffen kannst dass du hier teilen kannst das geht ja aber dieses ich mache jetzt so aus einer frischen kartoffel kartoffel brei